Emma, hast du unseren neuen Chef schon kennengelernt? Ja, ich habe ihn gestern kennengelernt. Er ist unglaublich charmant und professionell. Ich bin beeindruckt. Ich denke auch, dass er toll ist. Aber ich frage mich, was er von uns hält. Das geht mir genauso. Ich denke, jeder von uns möchte, dass er uns mag. Aber was können wir tun, um sicherzustellen, dass er uns mag? Ich denke, wir sollten einfach hart arbeiten und unsere Arbeit so gut wie möglich machen. Wir sollten immer pünktlich sein und ihm zeigen, dass wir engagiert sind. Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich denke auch, dass wir versuchen sollten, uns gut mit ihm zu verstehen. Vielleicht könnten wir ihn zum Mittagessen einladen oder ihm helfen, wenn er etwas braucht. Das ist auch eine gute Idee. Ich denke, es ist wichtig, eine gute Beziehung zu unserem Chef aufzubauen. Wenn er uns mag, wird er uns wahrscheinlich auch mehr Verantwortung geben und uns bei Beförderungen berücksichtigen. Ja, das stimmt. Aber ich denke, wir sollten auch sicherstellen, dass wir nicht zu aufdringlich sind. Wir sollten ihm nicht das Gefühl geben, dass wir versuchen, ihn zu beeindrucken oder uns aufzudrängen. Ja, das ist eine gute Pointe. Wir sollten uns natürlich verhalten und uns nicht verstellen. Aber ich denke, wenn wir hart arbeiten und uns bemühen, eine gute Beziehung zu unserem Chef aufzubauen, wird er uns mögen. Ja, ich denke auch, dass das eine gute Strategie ist. Wir sollten uns einfach darauf konzentrieren, unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen und unser Bestes zu geben. Absolut. Ich denke, wenn wir hart arbeiten und unser Bestes geben, werden wir von unserem Chef bemerkt und geschätzt werden. Ja, das denke ich auch. Wir sollten einfach weiter hart arbeiten und uns bemühen, eine gute Beziehung zu unserem Chef aufzubauen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Ich brauche Rindfleisch, bitte. Ich brauche Rindfleisch, bitte. Ich hätte gern Rindfleisch, bitte. Ich möchte Rindfleisch, bitte. Ich möchte Rindfleisch, bitte. Nehmen Sie ein ganzes Stück Rindfleisch oder nehmen Sie das Rindfleisch geschnitten? Geschnitten, bitte. Geschnitten, bitte. Wie viel? 500 Gramm? Wie viel? 500 Gramm? 500 Gramm? Nein, das ist zu viel. Nein, das ist zu viel. Bitte 100 Gramm Rindfleisch und auch noch 100 Gramm Speck. Bitte 100 Gramm Rindfleisch und auch noch 100 Gramm Speck. Hier, bitte. Ist das alles? Hier, bitte. Wir haben heute Abend Besuch. Können Sie mir etwas empfehlen? Wir haben heute Abend Besuch. Können Sie mir etwas empfehlen? Wir haben ein gutes Stück Fleisch im Sonderangebot. Es kostet 39 Prozent weniger. Wir haben ein gutes Stück Fleisch im Sonderangebot. Es kostet 39 Prozent weniger. Wir haben heute Abend Besuch. Gut, das nehme ich. Gut, das nehme ich. Für wie viele Personen kochen sie? Drei Erwachsene und ein Kind. Drei Erwachsene und ein Kind. Hier, bitte. Darf es sonst noch etwas sein? Nein. Danke. Das ist alles. Nein. Danke. Das ist alles. Das macht 15 Euro, bitte. Bezahlen Sie bar oder mit der Karte? Bezahlen Sie bar oder mit der Karte? Mit der Karte, bitte. Mit der Karte, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Kann ich bitte noch einen Plastiksack haben? Kann ich bitte noch einen Plastiksack haben? Hier, bitte. Hier, bitte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein gutes Abendessen mit Ihrem Besuch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein gutes Abendessen mit Ihrem Besuch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Hi. Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Was machst du heute so? Mir geht es auch gut, danke. Was machst du heute so? Ich habe heute ein paar Besorgungen gemacht. Und dann werde ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen entspannen. Und du? Ich habe heute ein paar Besorgungen gemacht. Und dann werde ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen entspannen. Und du? Ich habe heute eine Menge Arbeit im Büro zu erledigen. Aber ich hoffe, dass ich früh genug fertig werde. Um noch ein bisschen Zeit im Freien zu verbringen. Es ist so schönes Wetter draußen. Ich habe heute eine Menge Arbeit im Büro zu erledigen. Aber ich hoffe, dass ich früh genug fertig werde. Um noch ein bisschen Zeit im Freien zu verbringen. Es ist so schönes Wetter draußen. Das Wetter ist wirklich schön. Vielleicht treffe ich mich später noch mit ein paar Freunden zum Grillen. Möchtest du auch dabei sein? Das klingt super. Ich werde gerne kommen. Das klingt super. Ich werde gerne kommen. Ich werde gerne kommen.